Der 19. Bundesliga-Spieltag geht in die nächste Runde. Die Kölner kicken heute gegen den VfB Stuttgart. Ja, meine Güte, die Hamburger hatten nach den ganzen positiven Nachrichten eigentlich auch im sportlichen Bereich jetzt mit einem Erfolgserlebnis gerechnet, aber Köln hat 2 zu 0 gewonnen beim HSV. Das heißt, die sind richtig motiviert hier natürlich auch zu Hause 2015 einen Sieg zu feiern. Und das muss man gegen den VfB Stuttgart heute schaffen. Die sind ja nicht ganz so positiv gestartet in die Rückrunde. 1 zu 0 verloren, Mann, gegen Borussia München, Gladbach. Aber gut, okay, ich glaube, gegen die Gladbacher kann man auch verlieren. Ihr habt es auf jeden Fall gehört. Cem ist an meiner Seite. Hallo. Ja, Cem, hä? Die nächste Abreibung soll ich dir verpassen. Der nächste Sieg für den VfB. Und, scheiße. Okay, volle Möhre, Offensive hier. Totaler Angriff, wie man das von mir kennt. Und Blutgrätschen. Yo, Nummer 1 ausgenockt. Und Nummer 2. Kommen wir nicht ganz ran, aber weg damit. Und kaum Flanke. Oder auch nicht. Hallo, hinterher. Rauf. Weg. Kontern. Drehen. Nichts Kontern, nichts. Traumpass. Nein, 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 nein. Ja, Führung. Führung. Geil ausgespielt. 9 Minuten habe ich gebraucht. Ja, diesmal will ich gar nicht erst in den Rückstand geraten. Wimmer mit den 1 zu 0. Aber oben hast du mich ordentlich umgehauen. Wie du in den Rückstand geraten wirst. Als hätte ich eigentlich noch eine Karte geben können. Ja, ja. Ja, ja. So. Geil. Klein, ey. Weiter, pass mal auf. Jetzt hier. Und BAM. Okay, 1 zu 0. Das ist erst der Anfang. Alexander. Alles klar. Ja, was denn? Brechstange hole ich hier raus. Ist doch klar. BANG. Ja, okay. Wir haben es verstanden. Okay, das war schlecht. Nein. Hoch da. Jetzt volle Kanne. Jetzt komm. Hol ihn dir doch. Und nach vorne. Oh, guter Block. Oh, scheiße. Gut, Digga. Der Nationalspieler. Gleich. Oh. Ist noch. Die ist noch. Warum rennt er nicht mehr? Hey. Oh, wat? Das war zu brutal. Das ist ja hier auch so. Lehmann. 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 Boah. Lehmann, Lehmann, Lehmann. Das stimmt ja gar nicht. Oh, scheiße. So ein Schuss hier. 15 Minuten sind absolviert. Die Kölner führen nach wie vor mit 1 zu 0. Das scheint ja wieder eine ganz unterhaltsame Partie hier zu werden. Der Torhüter ist nicht so gut drauf bei euch, ne? Ach, der ist sehr gut drauf. Das sieht man ja an den ganzen Fehlpässen aktuell. Gleich. Bin ja ich nicht eher. Schöner Pass. Wie mehr. Mit dem. Komm, Junge. Oh. Latte. Oh, was für Glück. Hey, hör mal auf. Was machst du denn? Ah. Bäm. Boah. Genau so. Und nicht anders. Töten. Hab ich. Oh nein. Ist weiter gespielt. Weiter gespielt. Tja, scheiße, was? Alter. Mann. Lattenkracher von Wimmer. Was machst du denn? Keine Ahnung. Das bist du, dachte ich. Befreit von allen Sinnen, ey. Befreit von allen Sinnen. Spielen. Komm. Lauf, Junge. Ah. Nein. Ja, starker Block. Spielen. Was machst du da? Was machst du da? Boah, das war knapp. Laufen lassen. Jo, jo. Ach, scheiße. Und Todespass. Oh. 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 Rein damit. 2 zu 0. Traumhaft kombiniert. Es ging aber flott. Schön. Ja. Das war wirklich ein Todespass. Hier. Ja, okay. Mach weiter. Nein. Okay, jetzt. Helmels. Ey. sind alle so märkisch. Ach, scheiße. Kein Tempo. Und bang. Ja, komm. Ey, was macht ihr denn da? Jetzt komm, hau raus, Alter. Nein. Wenn der jetzt nicht reingeht, fress dich den Besen. Oh. Oh, schweigen ab. Oh, der fliegt da komisch. Ja. Junge, hör auf, Mann. Was machst du da? Du bist feiert. Nein. Junge. Nein. Boah, verdammt. Oh, scheiße. Was macht der da? Da geht er raus und dann kriegt er den Ball nicht mal. Ach. Komm. Ist doch egal. Abseits. Wir kletten das heutzutage noch. Ne. Hoch. Glanzparade. Aber dafür geht die Ecke mal rein. Mal eine Ecke verwandeln. Mal eine Ecke verwandeln. Ja, kann ich ja. Boom. Ey, das wird so nichts. Ich weiß. Ja. Jetzt komm, Junge. Ja. Ja, spiel ihn doch auch an die Füße. Nein. Hast du, hast du, hast du. Und hoch da. Schön. Och, Mann. Ja. Oh, scheiße. Ich hab' keinen Bock mehr. Ah. Hoch. Super. Ich seh's schon, komm, Ball besitzt 20%. Ja. 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 3-0. 3-0. Oh, der hat super gepasst. Was macht der da? Geil. Was macht der da? Goal. Ey. Ey, was macht der? Ey, super scheiße. Und hoch. Bam. Was soll das? Schön. Den hätte meine Schwester gehalten, Mann. Hey. Umnieten. Ja, vielleicht nicht unbedingt der gelb Verwarnte. Boah. Sehr gut. Okay. Alles klar. Komm, das kann ich auch. Scheiße. Schade. Oh, guter Pass. Ganz starker Pass. Was sagst du jetzt? Nein. Nein. Ey. Bei so einem Pass. Ja, aber springen kann sie. Ah. Ja. Jetzt komm. Ey, das ist... Ey, sowas kann's nicht sein, Mann. Schwanger. Kann's nicht sein. 5 Minuten Nachspielzeit. 3 zu 0 steht's hier. Oh. Oh. Wie der Ball hier läuft. Irgendwie auch nicht... Ja, komm. Was? Kein Freistoß? Nee, nix Freistoß. Wofür ist 3 zu 0? Was willst du noch? Ah, die Pille. Ja. Komm. Holen. Uff. Na, gut gelöst, aber hat mein Keeper. Horn. Bang. Na, lässt er den noch laufen? Ich glaub, jetzt pfeift er ab. Yo. Mehr Schüsse. Mehr aufs Tor. Mehr Ball. Oh, 47% ist ja gar nicht so unterschiedlich. 8 zu 5, 2 kämpfe ich. Mehr Fouls. Mehr gelbe Karten. Abseits Ecken für ich auch. Schussgenauigkeit, Passgenauigkeit ebenfalls. Ja, mein Gott. Der VfB Stuttgart ist hier noch nicht richtig anwesend. Wurde man sagen. Ich wechsel jetzt. Wechselst du jetzt? So geht das nicht weiter. So geht das nicht weiter. Hätte ich auch noch mal umstellen sollen. Obwohl 3 zu 0. Nee, das muss nicht sein. Das klappt aktuell schon ganz gut. Ich hab auch nichts Gutes. Abelow kommt. Oh ja. Doch, der ist nicht schlecht. Hä? Das ist jetzt hier ein Täuschungsmanöver. Der besonderen Art. Nein! Oh! Oh, was, Junge? Oh, nein! Oh, nein! Oh, solche geilen Paraden und dann am Ende so ein Bock. Alexandro, Maxim und jetzt geht's wieder bergauf. Nein, jetzt wird erst mal gewechselt. Schnell dich an. Nee, warte mal. Ich, ich, ich stell hier um. Ah, falsch. Ah, ich könnte... Das hat vorn so gut geklappt. Hier. Okay, schnell mal gucken. Ach nee. So, da. Nein. Und hier kommt jetzt ein frischer Stürmer rein. Zoller. Ja, okay. Also, wieder neue Formationen. Ein frischer Mann. Die gelbe Karte ist auch erst mal weg. Vorhin hat das Glück gebracht. Ja! Was denn? War doch voll fair. Hä? Habe ich schon volle Offensive? Ja, habe ich. Natürlich. Natürlich! Und... Danke. Das war schlecht. Scheiße. Das war sehr schlecht, ja. Oh! Oh, Junge! Oh, Schwein gehabt! Oh, ja, leg dich hin! Oh, das wäre jetzt richtig bitter gewesen. Oh, Mann! Ja, pass auf, der kommt noch. Nee. Oder auch nicht, ey. Bang! Super. Bang war das nicht. Super schlecht. Ja. Wollte ich gerade sagen. Der ist doch nicht so bang. Nein! Man, Leute, ich habe umgestellt. Volle Offensive eigentlich. Ja. Bringt nicht immer was. Doch! Müssen auch was können. Oh, Mann. Gleich weiter. Weiter, weiter. Verdammt. Verdammt gut. Na aber. Na aber. Schöne Position. Die mache ich rein. Nein. Nein. Weiter. Boah, war das schlecht. Wollte ich gerade sagen, ey. Der war ja mal superschön. Übermotiviert. Oh. 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 Nein. Junge, ich bin dir noch nicht so weit vor. Das war jetzt aber richtig. Ey, ich müsste schon 8 zu 2 oder so führen. Na ja, komm. Ey, guck mal an, was für Aktionen ich hatte. Ja. Guck mal an, guck mal an. Torwart. Was ist das? So. Und. Box ihn weg, ey. Nach oben. Juckt noch keinen. Spielen. Schön. Weiter. Ja, komm. Ähm. Ey, nach einer halb 30 Minuten. Das packe ich. Weiter, weiter, weiter. Packe ich. Das packe ich, das packe ich, das packe ich. Und wie ich es packe. Und wie ich es packe. Dem jetzt einfach nicht kassieren und dann... Oh, Mann. Ey. Das war das Zeichen. Das war gar kein Zeichen. Doch, das war das Zeichen. Das war das Zeichen, dass du jetzt drauf gehst. Ja, ja. Dass du drauf gehst. Nö. Wer weiß. Ich geh nie drauf. Spiel nochmal. Ja. Das war kein Abseits. Das war kein Abseits. Ich hab doch hingeguckt. Ah. Mein Gott, ey. Jetzt komm. Jo, danke. Was machst du denn? Nein. Das gute 100. Schnell, weiter. Schon wieder. Schon wieder. Schon wieder. Lass die Steilverschung, wenn du sie nicht kannst. Scheiße. Jetzt komm. Ah, schön gemacht. Ja, wichtig. Ja. Das war nichts. Abstoß. Ja, das war nichts. Das war scheiße. Schwalbe. Für Schwalbe gibt es Geld. Erstes war doch locker. Mindestens Ecke. Hier zu geben können, du dummer Idiot. Was? Alles klar. Okay. Alle waren nach vorne. Oh, das ist zu weit. Du hackst. Ja, natürlich. Jetzt komm. Oh, scheiße. Oh, was denn Abseits? Nein. Jetzt wird hier alles abgefiffen. Vielleicht hack ich ja. Wer weiß. Ja, das sowieso. Ach komm, ey. Dann kannst du doch laufen und den Ball einfach annehmen. Dann kannst du ihn so schön spielen. Und dann kannst du ihn wieder weggeben. Nein. Wie man es kennt, ne? Schnell. Dumme. Jetzt hol dir den Scheiß-Ball, Alter. Komm. Oh. Schön. Ey, Mann. Ich hab dann keinen Bock mehr, ey. Ja. Superflanke. Das ist alles. Oh. Was für ein Freistoß. 4 zu 1. Was für ein Freistoß-Tor. Wow. Das war geil. Die Kölner jubeln. Wohl auch das zweite Mal in diesem Jahr. Okay, spurt bitte einfach vor. Nein, warte. Das will ich nochmal genießen. Oh. Ey, der Ulreich. Was macht der, Mann? Schon das zweite Mal, dass er es nicht mal versucht. Ja, na. Scheiß drauf. Hab ich keinen Bock mehr. Ey, der kommt jetzt raus. Das ist eine Scheiße. Ja, nein. Kirschbaum ist noch schlimmer. So. Auf sowas hab ich überhaupt keinen Bock. Sowas kann ich mir sparen. Bam. Und sowas auch. Komm, hau ihn um, Alter. Ich kassier mir jetzt die roten Hoffnung eh vorbei. Ja, alles klar. Was? Das war sauber. Okay, kein Bock. Natürlich nicht. Kein Bock mehr, ey. Kritschen. Ach, schade. Komm. Warum nicht? Darum nicht. Den machst du eh nicht. Was? Das war... Oh, scheiße. Wie geil, ey. Oh, wie ich das feier. Das war jetzt... Weniger, aber sowas ist dann wieder natürlich nicht schlecht. Und jetzt komm, wenn der nicht reingeht, ey. Dann ist es vorbei hier. Dann ist es vorbei hier. Oh, ich stoppe nochmal schön. Oh! Ja, komm. Komm mal hin, Junge. Oh, da fliegt er am Ball vorbei. Kostet. Shit, ey. Das ist bitter. Jetzt, jetzt. Jetzt, jetzt. Du kannst mal schnell Pause machen. Echt? Ja, danke. Ich muss nur kurz... Äh. Ja, jetzt gehe ich... Kann ich nur wechseln hier? Jetzt habe ich auch die Kacke. Jetzt gebe ich alles. Ursache. Fuck. Oh, nee. Kann ich jetzt nochmal? Ich glaube, ich kann gar nicht mehr reden. Doch, einmal noch? Ja. Super. So. Achso, geht schon los. Hm. Na, Vorentscheidung? Bang! Ulreich, Alter. Oh. Ja, alles klar. Ja. Fünf zu zwei. Die direkte Antwort. Wichtig. Ach, jetzt wird erst gewechselt. Okay. Oh, ja. Boah. Ey, Junge. Du spielst so geil und dann verkackst du es auf den Metern, ey. Abstoß. Boah, nochmal weit nach vorne. Los. Einen legen wir noch nach. Oder zumindest eine Karte, hä? Stuttgart, komm. Komm, Junge, komm. Hättest du da rübergelegt. Hättest du da rübergelegt. All den hättest du direkt einfach rüberlegen müssen. Echt jetzt, echt jetzt, echt jetzt, echt jetzt Stuttgart, echt jetzt, echt, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Gleich, gleich, gleich. Fünf Minuten, das reicht für eins, zwei, drei, vier, fünf Tore. Meiner Seite aus. Schnee, Torwart, beeil dich. Junge, Mann, Junge. Verlängern. Da, oh, abseits, meine Güte. Nichts mehr zu holen. Oh, doch. Nee. Ja. Ja. Boah, ja, was? Rot. Na, aber sowas von rot. Das habt ihr selbst ich noch nicht hinbekommen. Das war mit Absicht. Das war mit Absicht. Boah. Oh, Mann, jetzt, jetzt merkt man so die Aggressivität hier bei dem Spiel. Und, halt, das gucken wir uns hier nochmal an. Boah. Ey, ohne Chance. Komplett ohne Chance. Direkt. Komm, ich mach mal gar nichts, okay? Kannst mal gucken, ob du triffst. Boah, ein bisschen dünner. Ein bisschen dünner. Ulreich wartet dann noch länger. Fünf zu zwei, das war's. Locker, ich hätte 6-0 führen müssen. Na, ja, mit zwei Schüssen aufs Tor. Weil, bis jetzt, ist immerhin gleich. Zweikämpfe lege ich vorne. Fouls, bist du besser. Hey, komm. Boah, krass. Nicht schlecht. Ach, also die Kölner, meine Güte. Für die ist das echt ein geiler Start hier 2015.